ja hallo leute ja heute komme ich zu einem sehr also nicht sehr schönen anlass unsere unseres hauptkanals also zwischen mir und meinem kumpel marcus ja wie ihr wisst hatten wir ein projekt am laufen gehabt das rmc projekt und ja es ging halt um rap und wir wollten halt 50 also wir wollten um die 80 leute halt ran bringen bis ins finale bis halt einer den rap contest dann für sich halt entscheidet ja den müssen wir halt muss jetzt halt leider beipflichten aber die gleiche meinung wäre dann auch vertreten auch von marcus seiner seite ja es ist leider dazu nicht gekommen es haben sich es hat sich niemand gemeldet und das bedauern wir halt sehr aber wir wissen halt schon dass halt dieses dieser contest halt auch ein bisschen mit 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 gewinnbeteiligung halt von von statten ging also also das heißt dass der erste 100 euro kriegt der zwei der zweite vor 50 und der und der dritte 25 sollte als preis da dann sein plus die pokale und ich klar ich klar ich könnte mich jetzt halt natürlich bei dem beim preis geld halt natürlich halt auch halt auch geirrt haben vielleicht war es war es ist kann auch es kann auch mehr gewesen sein aber wie gesagt das ist mal dahingestellt es ist jetzt halt nichts nicht dazu gekommen aber immerhin haben wir halt durch merchandise halt die t-shirts bedrucken können uns und beflocken können und ja aber es ist leider halt dazu nicht gekommen was wir sehr bedauern aber wir geloben da der besserung je nachdem was wir was für uns für ein format uns da halt jetzt halt jetzt neu einfällt klar jetzt müssen wir halt jetzt erstmal wieder kleinere brötchen backen und klar auf youtube ist es halt natürlich nicht so einfach ein thema halt auszuwählen aber jetzt komme ich mit mitsamt überleitung in dieses neue thema was wir jetzt aber was wir da besprechen wollen und was ich halt auch auch jetzt damit ansage also in nächster zeit wird jetzt wird es vermehrt dann videos von uns beiden geben egal ob zusammen oder oder jeder einzeln wird wird immer ein gewisses thema reden wo wir uns vorher informationen halt raus sammeln und sprechen können und ja also halt halt zum beispiel solche dinge wie ja warum gibt es die sonne oder ja also einfach so so wissens fragen oder einfach bereiche des des alltags was man halt so macht hört kocht oder irgendwas in der in der in der richtung dann halt da präsentieren ja und je nachdem was war was war was euch euch da auf jeden fall gefallen tut halt naja und das werden wir halt in kurzen videos auf jeden fall jetzt in nächster zeit da präsentieren aber was uns da einfällt ja und bei so einem schönen wetter jetzt wie heute ja dann nützt man halt halt noch alle möglichkeiten aus weil klar jetzt wenn jetzt weihnachten jetzt auch wieder bei bald in einem monat wieder vor der tür steht dann wollen wir will man ja auch diese zeit ja halt auch wieder gemeinsam genießen und ja ja und das ist ja das halt jetzt mal so abseits von uns von unserem also von unserem projekt halt jetzt da jetzt das was ich halt so damit jetzt ansage dass jetzt in nächster zeit jetzt vermehrt dinge kommen wie zum beispiel halt was jetzt halt genannt habe so 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 die alltäglichen dinge ja oder jetzt beispiel war ja warum gibt es ein haus oder war oder oder ja oder warum heißt das haus jetzt nicht halt anders also halt solche fragen weißt du wisst ihr und da gilt es jetzt daran daran anzusetzen vielleicht können wir auch euch auch dann mit einem mit einem gewissen thema halt euch dann anwerben oder oder abonniert halt dann weiter unseren kanal denn unsere zahl soll weiter steigen ja oder oder der oder das oder das wir generell halt auch mal uns überlegen wie wir halt fragen stellen können euch und oder oder dass ihr halt in den kommentare einfach fragen stellt was wir anders machen können um um euch liebe community da zu erreichen ja und in die und in diesem sinne bin jetzt erstmal bei dem schönen witter raus einen schönen dienstag und euch und ja und lasst mal eure dinge freien lauf schreibt in die kommentare haut auf die glocke abonniert unseren kanal weiter weitestgehend und ja und und ich hoffe dass wir euch jetzt in der nächsten zeit euch mit immer mit diesen neuen themen die wir dann besprechen und euch dann wissenswert euch ein ziel bringen naja gut alles klar ich bin jetzt erstmal raus